Jutta hat gehört, was du behauptest, möglich oder nicht möglich? Also ich sag ganz ehrlich, ich würd's ihm zwar zutrauen, weil er wahrscheinlich sein ganzes Leben nichts anderes macht, aber... Aber ich kann das mir nicht vorstellen. Den Äußer. Nein, nein. Erzähl ihr, was du das ganze Leben machst. Ja, so viel was anderes mach ich eigentlich nicht. Kann man mal von leben. Erzähl ihr, was du das?